Es heißt nicht Sophrosyne, sondern Phronesis, meinte ich. Es gibt, die heißt griechisch Phronesis, auf Deutsch Besonnenheit, Klugheit. Und die ist dafür verantwortlich, das Ethos richtig zu dirigieren, zu lenken. Und das ist für ihn ganz wichtig. Also Navigation des Denkens. Er ist ein Pilot, wie man sagt, von Schiffen. Die Portugiesen durch den Atlantik lenkten. Das war ein Pilot, so könnte man es sagen. Schreibt Aristoteles etwas über mich?